Wo ist hier die Munition? Na, irgendwo war hier Munition, da hat Munition. Hauen wir mal dieses Ding da. Kaputt her. Was? Jo, irgendwie. Aber Sie leisten gute Arbeit. Over. Sie kennt meinen Namen. Konzentration, Männer. Konzentration. Sie haben Befehl, sich mit der Panzerdivision am Landungspunkt zu treffen. Out. Treffpunkt Landezone. Wir brechen auf. Sie kennt meinen Namen, Herr Gert. Sie kennt meinen Namen. Wird so ein Erfolg bei, ja. Ich habe über Miss July nachgedacht. Woher wollt ihr wissen, dass sie gut aussieht? Eine Cousine von mir hat eine richtig sexy Stimme, aber ein Gesicht wie ein Ackergaul. War das die, mit der du ausgegangen bist? Jo. Cool. Geht mit der Cousine schon aus. Ja, ich hoffe, man ist sehr verzweifelt. Okay. Mhm, mhm. Munition, alles dabei, okay. Sieh an, sieh an. Wen haben wir denn da? Besser später als nie, was? Obwohl wir deren Job schon so gut wie erledigt haben. Warum kriegen die eigentlich immer die coolen Spielzeuge? Weil sie auf den gestellten Fotos für die Presse gut aussehen. Bravo, One Charlie, hier ist Mike, One Juliet. Sie haben Befehl zur 32. Panzerdivision zu stoßen und mit Ihnen den finalen Angriff auf Sabograd zu führen. Over. Ach ja? Wir hatten eigentlich auf ein paar Urlaubstage gehofft. Over. Das wird warten müssen. Wir sind derzeit knapp an Einheiten. Deshalb setzt das Oberkommando alles gegen diese Stadt ein. Und das schließt auch ihr Sport mit ein. Over. Verstanden. Out. Okay. Keine Verwandeln. Ich holste die Panzer und keine Verluste. Dann würde ich mal sagen, los geht's, ne? Los geht's. Los, weiter. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Jupp. Wir errichten hier eine Rundaufsicherung. Dann los geht's. Okay, wir müssen sicherstellen, dass diese Panzer Ost-Sabograd erreichen. Ansonsten schlägt der Angriff fehl. Bleib bei Ihnen und halte die Augen offen. Kein Heiter werden, ne? Ach du die Scheiße. Ich sehe so einen Kommen, ey. Hey Jungs, die Russen kommen. Los, los, los. Hinterhalten, Bazooka, da oben auf dem Haus. Schütze am Fenster. Wer hat die Kerle aus? Wichtig. Satz hier? Oh. aber mehr die Länge da bist du ja okay neue Waffe gefunden los geht's Da ist Muni. Gleich mal nachladen. Ach du Scheiße. Hui. Na malo. Ja. Lade nach. Vieh schon. Warte, wie geht die Biegas denn hier ab, ey? Oh. Aber ich könnte nicht drauf geachtet. Bist er. Ich hab noch mal ein Geld. Oh. Ich hab noch mal ein Geld. Oh. Ich hab noch mal. Noch mehr. Ich laden nach. Oh. Oh. Alter. Alter. Alter, was ist denn das hier? Mist, wir haben einen Panzer verloren. Passt besser auf. Ich seh ihn nicht mal. Ich verlieh die Orientierung hier ein bisschen. Dank zu dir auf jeden Fall. Alter, man kriegt hier voll was ab hier. Gibt's doch nicht. Alter, geht das hier ab, man. Boah, wo ist denn der? Boah, wo ist denn der? Ich seh ihn nicht mal. Da hin. Meine Gute, was für ein Hektik hier. Munition alle. So gut wie. Gut, der fliegt nicht stark. Uuuuh. Ah, komm ich nicht nur hier hin. Nimmts ja. Gebt mir Decke! Muss aber noch einer sein dabei. Musik sind alle hier. Seht nur wie die wegrennen. Die kennen meinen Spitznamen. Der Hagginator. Hagginator. Musik sind alle, scheiße. Meine Fresse. Aber wir haben es überlebt irgendwie. Boah, was ist eine Hektik. Zwei haben wir durchgebracht. Zum Glück doch nicht. Einen haben wir verloren. Naja, einen. Immerhin. Nur einen. Doch, um die Zähne wäre cool hier. Was sind Neckar, Akta, Nonverba? Hm, Gold? Ich rieche Gold. Ok. Gold einsammeln. Sehr gut. Erwischt. Nächste Gold. Goldbarren. Goldnergold. Jawoll. Haha. Nazigold. Nazigold. Ja. Deswegen dachte ich ursprünglich auch von wegen zweiter Weltkrieg. Irgendwie wegen Nazigold. Da hab ich ja irgendwo mal was gelesen. Aber betraf es gar nicht. Restliche Sammelobjekte null. Restliche Gold null. Haben alles gefunden. Ok. Das war's. Gesichert. Gute Arbeit Jungs. Wir haben Sie durchgebracht. Bravo One Charlie. Hier ist Mike One Juliet. Over. Mike One Juliet. Hier ist Bravo One Charlie. Over. Wir werden Sie eine Weile aus dem Hauptkampf raushalten. Aber da gibt es noch etwas, das Sie für mich tun könnten. Over. Da gehe ich jede Wette ein. Over. Ich möchte, dass Sie den Sabograd Kommandoposten finden und deren Kommunikation lahmlegen, bevor Sie Verstärkung anfordern können. Wenn Sie Ihre Arbeit gut machen, kann ich Ihre Jungs vielleicht aus der Bad Company rausholen. Over. Wenn wir dadurch hier rauskommen, machen wir's. Oder Sarge? Mike One Juliet. Wir werden uns umsehen. Out. Dann mal los. Boah. Hehehehehehehehe. So. Greife Ost-Sagograd an. Ne. Sabograd. Okay. Ja, super. Jetzt nur noch... Oh. Oh. Noch mal in die Stadt laufen. Ach du Scheiße. Wir haben keine Dinge mehr. Kmieck. Wir kommen näher. Angeтории zu Nevada. Schiffert lieber 50 runter runter. Schiffert lieber 50 runter runter. Okay... Ja, war auch nicht so schwer, hm? Pfff, soll ich eine andere Waffe nehmen. Wo denn? Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. So… Skrises Ganater. Warte hoch, schmaß hoch, schmaß hoch. Ah, hier hat die getroffen. Du bist mein Mann, Pres! Ich habe keine Munition mehr. Um Überraschung zu verhindern. Scheiße, ey. Schweres MG. Was gibt es hier noch? Hier oben. Nein, Salle. Nein, das war mein Problem. Das muss man irgendwie erst hier durchkommen. So, ohne Rucksack Verluste, ey. Gleich in Deckung. Muni, Muni geben. Wir müssen Muni geben. Hier Muni. Endlich, ey. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße, wir sind nur hier gelandet, ey. Das hol' ich ja immer da raus, da runter von einem MG hier. So, was wolltest du damit machen, hä? Was wolltest du damit machen? Meine Güte. Der Panzer stieg ich einfach rum? Wo ist der andere eigentlich? Wo ist der Stört, oder was? Nur all welche. Meine ganze Stadt mal durchkämmen. Da kommen noch mehr von den Bösen. Wo denn hier hin? Gehe in Deckung. Die Kloner vorbei ist auch daneben. Ich geh los. Das war einfach nur grob gezielt. Richtig genau. Ziel kann ich nicht. Das ist natürlich nicht so doof. Ich mir alles ungenau mit dem Gamepad. Unser Panzer ist abgeblieben. Feiner. Ich hab nicht so hingehauen. Deckung gehen. Ja, ich wieso? Ich weiß, was du da bist. Komm her. Ich mach dir jetzt platt. Wurde ich jetzt aus der Wand raus. Jawohl. Ihr habt mich gehört. Ja. Das war auch so geplant. Entweder ist er dadurch verreckt. Aha, hier ist nur ein MG. Achso, hier ist aber keine Person mehr. Ist eigentlich nur erledigt. Okay. Puh. Ja, können wir wieder durch die Stadt, ey. Was soll das denn werden, wenn's fertig ist? Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Super Schuss, Junge! Ja, wir haben ihn gesehen und erwischt. Gib mir Deckung! Ich hab mich auch immer wieder gesehen. Aufpassen. Und weiter. Ja, und weiter geht's zu. Irgendwie ist nix passiert. Ja, selbstheilen kommen relativ gut durch hier. Und da waren tatsächlich ohne Tod. Bisher. Ich geh mal wieder zurück zum Ort, um hier wieder nachzuladen. Ja, wir waren so ein bisschen Munition haben wir ja noch, aber man kann ja nie vorsichtig genug sein. Ja, aber er erwischt. Lass mich wieder los. Der Ball hat da wieder wie ein Verrückter. Ist das das Lager? Ist das das Gebäude hier? Ja, sieht so aus. Okay, da sind wir rein. Na, wie se... Ach, geiße. Ach, kommst du mir her, ey. Meine Güte, hier wimmelst von, hier wimmelst von Feinden. Aber wundert das eigentlich einen. Die soll ne russische Stadt einnehmen. Die auch noch russischen Namen hat. Immer mit Grat. Ist ja auch Klassiker. Was hieß denn da? Was hieß denn da? Da unten. Da... Da war jetzt auch da... Der erwischt haben wir ihn nicht. Aber hätte bestimmt einer was gesagt, wenn da halt einer gewesen wäre. Irgendwas auf Russisch. Wahrscheinlich. Aber ist nicht so passiert. Und jetzt hier, ne? Dann brauchen wir auch mal gar nicht mehr zurücklaufen. Das ist die Kommunikationszentrale. Fackel sie ab und dann nicht sie weg. Ich glaube da hinten ist einer. Ja. So. Müssen wir uns auch anders dahin begeben. Wir haben alles wegräumt. Ja. So. So. So.